Willkommen zurück bei Let's Play GTA San Andreas. Ich war nochmal kurz beim Friseur gewesen nach der letzten Mission. Ob das jetzt gut aussieht, sei mal dahingestellt. War eher so aus der Laune raus. In der letzten Mission, da haben wir die Ballers gestört, als sie bei einer Beerdigung gestört. Und jetzt hat anscheinend, so wie es aussieht, unser Bruder Sweet immer noch was für uns zu tun. Dann würde ich zwar sagen, wir schauen bei ihm vorbei. No mehr Base in den Streets. Finally! Keep this, we're gonna unite the families once more, because the Ballers have been pumping our guys full of Base for too long, while we argue amongst ourselves. So all the family sets gonna meet down at the Jefferson Motel. I say it's time we went down there and made it official. Keep that shit off our streets. I vote I'm our representative on this one. That's right. Hey, it's all good. The Sweet thinking can handle it, I'm down with it, man. All right, let's roll, homies. Let's do this. Yeah, let's go, man. So, die, also was jetzt passiert ist, die, oh, wir müssen mal reden. Fuck you, Ryder. Ryder, give CJ a break, man. He's practically turning broke around by himself. And I was just telling the joke to him, little nigga. Everything you do is a joke, Ryder. That ain't true. Ryder, just chill the fuck out, man. Remember, we're reuniting the families, so no bullshit. Stay cool. You know me, Sweet. Cool as a Shaolin Moe. Especially you, Ryder. What you mean? I resent your implication and shit. Sweet's just saying you're a natural killer, baby. You gotta check yourself and stay cool. Jill, well, put it like this. I understand what he's trying to say, but I'm always cool, boo. Hey, we all down with that, baby. Also nur noch mal kurz als Zusammenfassung. Die Ballers werden zu mächtig und die ganzen Family-Familien, also die Grove Street-Family, die Template-Y-Family und so weiter, die haben sich ja gesplittert. Und jetzt versuchen, mir wieder in dem Jefferson Hotel die Families wieder zusammenzubringen, um eben, ähm, ja, den Ballers, ja, das Handwerk zu legen. Und jetzt schaut mal auf den Helikopter, was da draufsteht. S-A-P-D. Da müsste eigentlich L-S-P-D stehen. Für Los Santos und nicht für San Andreas. Anscheinend wurden wir also verraten. Wir halten uns auch gar nicht hier so lange mit denen da auf. Wir gehen gleich ins Hotel. Wir müssen nämlich unseren Bruder retten. Am besten ist es hier wirklich, wenn man auf den Kopf schießt, weil die Schusswesten tragen und deshalb ganz schön viele Kugeln sonst aushalten würden. Wenn man auch mal den Kopf treffen würde. Da ist noch jemand. Oh, der macht ja auch noch Spider-Man. So, bis jetzt sieht es eigentlich noch ganz gut aus. Ah, da ist er auch schon. So, und genau deswegen habe ich die AK mitgenommen. Der Helikopter wäre also jetzt auch Geschichte. Und da gehen wir mal wieder zu Sweet. Kommt er? Ja, er kommt. Ah, sehr schön. Wir dürfen wieder schießen. Das war super. Ah, da vorne kommen noch welche. Also, wie es aussieht, wurden wir jetzt echt verraten. Vielleicht hat Tempany was damit zu tun. Weil normal ist es da ja nicht, dass da auf einmal hier das komplette Los Santos Police Department da zufälligerweise auftaucht, wenn die ganzen Families anwesend sind. Da drüben sind sie, okay. So, ich schieße einfach die ganze Zeit, weil man hat hier unendliche Positionen. Man kann damit sein, wie es auch oben links steht, seinen AK-Skill verbessern. Und das ist ja nicht so cool. Hey, I like these, please! Hey, CJ, watch to the left! Hey, hey, we've been here before! Hey, I'm taking what options I have, alright? Maybe if you have a nice word with these offices, they'll let us on our way. Heads up, brother! Hey, there's a baby hanging off the back of the floor. What's up, brother? Oh shit, all I got in my rearview is that guy... Oh shit, all I got in my rearview is that guy... Seeeer schön. Da war da noch einer, oder? Oh. Kommt nicht mehr raus. Oh Shit, that's gonna be a hell of a story to tell when we pass in the blunt Damn, that was some serious shit Woo Fuck this We gotta get out of here Right is right Everybody split up, we'll meet up later So Das war doch mal jetzt Sogar noch ein Ticken Besser inszeniert wie die Mission Just Business, oder? Und hoi Dauernd werden wir abgesetzt, wo die Leute auf uns schießen Meine Güte So Dann Sweets Ähm, Sweetsymbol ist immer noch auf der Karte Dann werden wir im nächsten Part mal schauen Was er noch für uns zu tun hat Bis zum nächsten Mal Zu Let's Play GTA San Andreas